Herzlich willkommen beim Anbietervergleich Cloud-Mining vom Kryptomagazin. Mein Name ist Alexander Weibrecht. Wir haben für Sie hier eine Liste an Cloud-Mining-Anbietern zusammengestellt, bei denen wir davon überzeugt sind, dass es seriöse Cloud-Mining-Anbieter sind. Wir haben alle diese Cloud-Mining-Anbieter mit eigenem Geld getestet. Das heißt, wir haben zu jedem Cloud-Mining-Anbieter einen Testbericht mit aktuellen Werten. Diese werden immer auch mit Datum gekennzeichnet, von wann diese Werte sind. Wir haben zusätzlich eine kleine Anleitung vorbereitet für jeden kleinen Cloud-Mining-Anbieter auf der Webseite. Das heißt, einfach hier unten auf der Liste auf den Button für Videoanleitung klicken und da haben wir dann eben eine Beschreibung vom Backoffice, von unseren Contracts, von den Werten. Einfach damit es für Sie einfacher ist, hier eine Entscheidung zu treffen, welcher Cloud-Mining-Anbieter für Sie der richtige ist. Wir möchten darauf hinweisen, dass wir natürlich nicht garantieren können für die Ergebnisse. Wir haben eben unsere Ergebnisse, also unsere Investitionen in diese Cloud-Mining-Anbieter und wir zeigen eben auf, welche Cloud-Mining-Anbieter am Markt sind. Und wie gesagt, die hier gelisteten Cloud-Mining-Anbieter sind aus unserer Sicht keine Scams oder Betrugsplattformen, sondern es sind eben etablierte Unternehmen. Deshalb haben wir auch angezeigt, seit wann die am Markt sind und oder, dass wir eben dort investiert sind und wissen, was für Unternehmen das sind und eben auch wissen, wer steckt dahinter. Wie gesagt, da einfach unsere Empfehlung, diese Anbieter zu testen und eben darauf zu achten, dass, wenn Sie hier Cloud-Mining kaufen, dass Sie das wirklich auch nur mit Geld machen, dass Sie auch übrig haben. Hier besteht eine Verlustgefahr, weil jeder dieser Anbieter eben für sich genommen eigene Geschäftsbedingungen hat. Und wie gesagt, schauen Sie sich das einfach an. Spannende Angebote auf jeden Fall dabei. Und die Empfehlungen zur Redaktion einfach beachten. Vielen herzlichen Dank und viel Spaß beim Schmökern. Und wie gesagt, einfach für mehr Informationen auf den Video-Button und dann kriegen Sie eine genaue Beschreibung des einzelnen Cloud-Mining-Anbieters.